Spirituelles Coaching hat Bedeutung in zwei Kontexten. Zum einen heißt Spirituelles Coaching eine Art Training, Beratung für Menschen im beruflichen Alltag, die aber auch die Spiritualität mit einbezieht. Zum zweiten kann Spirituelles Coaching bedeuten, Menschen auf dem spirituellen Weg voranzubringen. Coaching ist ja zunächst mal ein englisches Wort und bedeutet Wagen, Fahrzeug. Coaching waren zum Beispiel die Kutschen von, da steckt sie auch drin, Kutsche, Coach. Also die Kutschen, die von Pferden gezogen wurden, das waren Coaches. Und dann Coaching heißt irgendwo, die Kutsche zu ziehen. In diesem Sinne, Coaching hilft Menschen auf einem Weg in eine bestimmte Richtung weiterzukommen. Ein Coach im Englischen ist eben auch ein Training. Zum Beispiel gibt es einen Fußballcoach, einen Handballcoach, einen Leichtathletikcoach und so weiter. Es gibt eben ein Ziel. Man will zum Beispiel Olympiasieger werden oder die deutsche Meisterschaft erreichen. Und dann gibt es eben einen Trainer, einen Coach und der hilft dir, deine körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern, um hinzukommen. Heutzutage im beruflichen Kontext ist ein Coach, der gerufen wird, um zum Beispiel Menschen zu helfen, in Führungsverantwortung zu wachsen oder Projektmanager zu sein oder mit schwierigen Mitmenschen umzugehen oder eben ihren Arbeitsalltag besser zu gestalten. Und wenn wir heute von Coaching sprechen, dann heißt das meistens, einem Menschen zu helfen, in einem organisatorischen Kontext, meistens in einem gewinnzielorientierten Unternehmen oder auch im sozialen Unternehmen, gemeinnützigen Bereich, ihre Fähigkeiten und Kräften so zu entwickeln, dass sie dort der Organisation besser helfen können und sie in ihrer persönlichen Entwicklung weiter vorankommen. Spirituelles Coaching in diesem Kontext heißt, den Menschen zu zeigen, dass berufliches Vorankommen auch verbunden sein kann mit Spiritualität. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du mit Mitarbeitern umgehst, brauchst du Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und du willst auch dafür sorgen, dass im Einsatz für die Firma oder im Einsatz für den gemeinnützigen Verein auch alle Mitarbeiter vorankommen und dass es ihnen gut geht. Spirituelles Coaching heißt auch, dass du dem anderen helfen kannst. Also wenn du der Coach bist, kannst du dem anderen helfen, zu sehen, wie die beruflichen Herausforderungen wichtig sind auf dem spirituellen Weg. Ein cholerischer Chef zum Beispiel kann helfen, dort mit umzugehen, an seine Themen zu kommen, eine Mischung zu haben von Loslassen und Abgrenzung, den richtigen Moment zu ergreifen, nicht so schnell gekränkt zu sein. Ein vielleicht Laissez-faire-Chef kann dem Mitarbeiter helfen, in die Selbstverantwortung zu gehen und Selbstentscheidungen zu treffen. Mitarbeiter, die irgendwo unkündbar sind und gleichzeitig demotiviert sind, können auch eine besondere Herausforderung sein. Alles hilft auf dem spirituellen Weg. Und spirituelles Coaching bezieht natürlich auch spirituelle Praktiken mit ein, also Menschen zu helfen, Yoga-Übungen zu machen, zu meditieren, Achtsamkeit zu entwickeln, Einfühlsamkeit zu entwickeln, Techniken der Abgrenzung, Energiefeldübungen und so weiter. Bei Yoga-Vidya haben wir auch spirituelles Coaching, Ausbildungen. Dort kannst du eben lernen, zum einen als Coach tätig zu sein, anderen Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Spirituelles Coaching heißt, Einbeziehen von spirituellen Fragen. Alles zu finden auf yoga-vidya.de quer-ausbildung, dort findest du ein Suchfeld. Gib ins Suchfeld ein, spirituelles Coaching oder auch einfach nur Coaching und dann findest du die Infos über die Coaching-Ausbildungen bei Yoga-Vidya. Wer-ısgraduate Coaching Vielen Dank.